Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Warum kann ein Mantafahrer im Rollstuhl sich immer nur im Kreis drehen? Weil er aus Gewohnheit immer den Ellbogen hochhält. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch da, schreibt es mir in die Kommentare und schaut mal auf Mabacher, meiner Facebook-Seite vorbei. Das war's für die Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und nicht vergessen, Lachen macht lustig.